Oh man, Alter, bist du lustig? Ich hau, ist auf mich gegangen schon wieder. Sorry. Alles gut. Was? Klipp da, Digger! Klipp da, Piss! Hä? Oh. Drop it. Klipp da, Digger, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und zwar geht es heute um Among Us. Wir waren 13 Mann. 13 Mann waren ja wir. Und die Verräter waren einfach so schlau. Ich will nicht spoilern, aber die waren so gut. Ich werde diese Karate japonen. Ja, Pünkt sind tolles Mann us mal diese Hestige Kartmann. ich habe drei stunden versucht diese karte durch dieses gerät zu ziehen ich habe die orange leiche das ist wendet ihr in der cafeteria gefunden also ich habe gerade so sehr wie und schon zuletzt gesehen das habe ich habe zuletzt in atmen als ich von solch der hochgegangen bin habe ich wenigstens machen sein und karl die karten taske ich bin also schon von elektrische richtung storage von unten nach oben zu navigations gegangen da kann auch bestätigen wie heißt denn das wo ich war wohl die karten links gemacht wie macht man das mit der karte ich schwöre ich war bei gott ich war ich stand die das ganze game die karte der karte ich schwöre ich war bei gott ich war ich stand die das ganze game die karte durch ich weiß aber es war zu schnell oder zu langsam auch gesehen die karte ist auch gefickt wer die leiche gefunden ich habe sie gefunden bei Cafeteria Lass sie überspringen Krass, er hat sie gefunden Das war's für heute nicht wahr so ich bin von Electric ist rausgegangen damit ich von Lover Engine aus hochgelaufen an die Küche vorbei und habe die Leiche bei Upper Engine gefunden ich muss die Karte aufmachen also ich war Lager hab die Tast gemacht wo ein Abfall da bin ich Electric gegangen dann bin ich Antrieb unten die Sache ist ich habe die Runde egal ob ich würde ich so sehen ich habe die Runde jeden gesehen aus der Effe ich schwörs euch nicht gesehen mit wem warst du ganz rechts? hier war ich kurz ganz rechts ganz rechts im Sinne von wo genau bei O2 hab ich ihn gesehen glaube ich ich hab da hört mal zu ich war bei O2 ich bin runtergegangen hab Revi kurz gesehen danach bin ich hochgegangen war Licht aus und dann ist Jinso mir entgegen gekommen Jinso war gerade am Ende auch bei mir da hab ich gesehen er kam so von Lower Engine so aus der Richtung eventuell ist er gewendet Lager weil er ist zu schnell zu links gewendet er war zu schnell Lager hab die Abfall ausgemacht und da bin ich Elektro gegangen dann von Elektro zu Antrieb unten nach Security hoch er war mit mir davor bei Elektro er hat aber so schnell alles gemacht weißt du was ich mein? bestimmt drüber gewendet ich weiß nicht wer der Imposter ist aber ich war am Ende in Admin wollte mein Upload machen und dann waren beide Türen zu kurz aber das Ding ist du sagst da war ich auch eigentlich schwer die Person ist ich konnte Qubi und Trixas locker kennen die waren bei mir in Elektro die Person die nicht von irgendjemandem gesehen wurde von gar keinem war dann wahrscheinlich in Events drin bei Admin nein das Ding ist so ich hab's halt gar nicht gesehen du warst bei O2 wurde gesagt ja ich war mit RIS und das Ding ist nachdem du von Upper Engines die Leiche getötet hast dass du einfach straight geradeaus nach rechts gewendet hast ich glaube es ist Dings Effe ich glaube Effe ist hier das spricht also Effe kann es auch auf jeden Fall sein sag ich so wie es ist ich war ganz rechts O2 mit RIS bin Navigation oder ich hab dich aber richtig kurz noch gesehen ich glaub trotzdem ich bin hochgelaufen und ich bin direkt zu Admin ich hätte mich schon tausendmal töten können Hyatt auch aber Hyatt ist das Maschine oder der Hyatt ist es nicht ich hab Hyatt in Security bei den Kameras gesehen zuletzt Hyatt ist es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht meine Task fertig oh man alter ist es auf mich gegangen schon wieder sorry sorry alles gut oh was stumm stumm Louis stumm ahhhh belastend also ich hab auch nicht gedacht dass Effe ist ich glaube Jinso ist es ich sag euch so wie es ist Jinso ist es jawohl sehr gut let's go Heide, ist das dein Ernst? Wie so ich am Ende ausgeworfen bin Heide, du willst es? Let's go Dings, QB sagt, dass der Typ dass die Leiche Upper Engine lag und Rush ist dir entgegengelaufen als der Security gegangen ist Alter, ist das dein Ernst? Rush ist auch so lost, der hat mich in in Mad Bay gekillt, wendet und kommt 10 Sekunden später aus dem selben Wendet raus QB und Rush waren dabei dann Digga, alle haben mich in Weapons getötet Riz läuft einfach vorbei und es brinnt wie Scheiße Ich hab auch gedacht, jetzt hat er mich gesehen Bruder, da war Licht aus oder nicht? Weapons rechts oben? Ja, Weapons Digga Ich bin rausgewandet Ich hab das nicht gesehen Ich hab kurz gedacht, dass Jinso und Hype mich übelst verdächtigen, weil bis jetzt mal wieder Wischbar Was ist das? Ja, wir haben die